hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist der unsinn und heute wieder einer runde hell and lose und wir sind schon mittendrin okay da war es das schon zu hohen pings okay gucken wir mal dass wir irgendwo anders noch mit reinkommen russen 10 das natürlich voll zu hohen ping alter und dann gehen wir hier mit rein 385 millisekunden wir gehen einfach mal hier mit rein würde ich sagen hallo loading battle mal schauen unterhalten ist nicht wirklich ist klar wenn dann hier und das ist ausgeglichen hätte bin ich ja schon wieder drin zu hohen ping ausgeschlossen und schon bin ich wieder da ich weiß auch nicht ganz genau so hier sind gegen unternehmen oh welcome to big d keine ahnung scheiße ich müsste irgendwo anders das ist ja jetzt ja servus ich kann leider nur deutsch nicht ja ja Hier gibt's Support, man, so man kann ein paar garrisons ab. Du hast einen Engineer, hast du? Oh, was ist das wieder? Das ist ein Machine Gunner. Äh... Machine Gunner. Ja, der Automatic. Der STG, das ist eine gute Gun. Nur gut, dass ich alles... Ich spawne in den Norden, um D3. Ich versuche und versuche auf den Overlook, um es wieder zurück zu bekommen. Nur gut, dass ich alles verstehe. Ich denke immer, ich soll hier pushen. In dem Norden kann ich... Okay. Yo, yo, how you going, brother? Pfff... Aber hier sind irgendwo... Oh! Na Leute, das fängt doch schon mal gut an hier. Alter, da macht der in der Disco, seht ihr's? Alter, wieso haben die mich nicht gesehen? Ja, bestimmt wegen dem Baum. Ich muss jetzt hier echt erstmal... ...bleiben und verteidigen, würde ich sagen. Ja, ja. Das war ja kaum, kaum. hühne ich... ...hääh... ...hääh... ...häh... ...hm... Okay, wir gucken mal Ja, da wollen wir ja noch nicht hin Wir drehen jetzt mal um Wir gehen ein Stückchen nach Da, wo sie alle sind Irgendwie so, da rennen wir jetzt mal hin Und gucken mal Dass wir da in die Richtung noch was mit Anrichten können, Leute Schön Gleich mal zwei Kills, super Auf der Karte, wo ich gerade eben rausgeschmissen wurde Wegen zu viel Ping Okay Na Alter, die sind ja alle da in der Richtung We talking Oh, hey guys How is all the command chat, how you going? Oh, we got she is my support, excellent, that's great Here, I got supplies of your own Nice, ah, look I like my support guide to be just as proactive as me If you find a response, you get to the enemy lines Plan it and I'll fight my way to get to it You know what I mean, so feel free to Make decisions Yeah, makes sense, I'll try and get to you though So I can save you Have you seen me now, right? Yeah, copy I got just killed So, that's the wrong way to go on the top north mark We should actually do a Okay, okay, I'll back it up We should probably go through due west And then try and kill you They've got their spawn point Well, come on Four kills Easy Four kills, nice I'd have to wait a little bit How many are there? Four or five, right? We're taking contacts back here on defense Okay, let's see You know what, I fucking think we should do the best players guys We should do defense I'll go of course, I'll go of course I'll go of course, I'll go of course That's pretty clear I'll go of course Four boys here, I better I'll go of course Well, alright, we should do it Okay, how about we do this? If Chi meets up with me and Miss Harvester and Derringer, you hold some defense up and then we'll get a forward Bjarison spawn that you can keep dying Well, the North Pass, well, before I got hit, they also hit the whole time, right? I presume everyone's got a Mick, Miss Harvester? I have to look at it There! Already They're running around like they're flying Straight ahead Yeah I'm going to go for that move marker, I think Chi Was there just another? No good man, I'm on the way I'm on the way We should Really try to defend here first Because apparently Somewhere there must be a spawn point That I'll try to find now Got him, he's down What we can strat in this game is Once we do group up, so Push you guys out in front And then I'll hang back And then I can always put an OP down If you get wiped, you get you back to the flat line straight away Or where we're at the last position Yeah, yeah Because I can plan on more bad Mick Also irgendwo da rechts ist definitiv ein spawnpunkt von dem Ah, but it sticks in dem ich auch Alter We can't catch him, it's a bastard We can't catch him, it's a bastard We can't catch him, it's a bastard This is the We can't catch him We can't catch him Did you manage to get no OP down, Moon? You look like you're pretty deep Yeah No, I just put it down now And then Yeah, when I meet up with you We'll put the carrier down I'd have to take him from the front line Because I had to kill him before 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 What was that? I had to kill him before Nice showdown, you got a hit He's got a Playstation earpiece model Stretch Ok Hm Vielleicht hier um Um irgendwo Wurde es wegen eines zu hohen Pings ausgeschlossen Wollen die mich denn nur verarschen? Ich verstehe das nicht Ja dann müssen wir wohl Wohl oder übel Doch mal woanders rein Aber zu hohen Pings Das verstehe ich noch nicht so richtig Deutschsprachige Community Da ist nur einer drinnen Das ist nur Äh Russen Ausgeschlossen wegen einem zu hohen Ping Alter hier ist voll 175 Millisekunden Okay Gucken wir mal rein oder? Haha Kann ja nicht schaden Spiel vorüber Okay Also Leute Heute habe ich echt kein Glück hier Ich weiß auch nicht so genau Was da los ist Achso Das ist jetzt komplett vorbei Das Spiel Oder was? Naja da 50 Da brauche ich nicht rein 40 Millisekunden Ping Russen Russen sind nur noch 9 75 Easy Company Rein damit Mal gucken Rums da lumms da lumms da 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 Aber so langsam kommen wir rein ins Spiel Leute Auf jeden Fall ist es genial gemacht ne Also Was ist denn hier mit Mit dem Kabel Na schon bitte Könnte ich schon mal da platzen Ach ich brauche es mal was zu trinken Ja da müssen wir zu den Deutschen Ich meine das wäre mal so oder so gegangen aber Die brauchen definitiv Unterstützung Ach hier sind Naja gut ist mir eigentlich egal Automatikschütze erst mal Gell Alter die laufen hier Oh da müssen wir jetzt aber So wie es aussieht hat es auch gerade erst begonnen Na denn Also müssen wir jetzt definitiv erstmal Southern Edge Kann kommen was will Auch die Map ist eigentlich geil Winter Map Ich finde auch die Grafik und die Macht Macharte Welcome to Easy Company Ja alles kommt Das sieht alles so geil aus Ich habe Auflösung 2000 Noch was zu 2144 Ne 2000 Doch 2144 oder Ja Und es sieht immer noch spektakulär aus Also bei mir ist es Der Rechner ist gut Ist trotzdem alles noch auf episch Und ich werde es natürlich hochladen Auf 4K ist klar Wenn die Möglichkeit besteht Warum sollte man es nicht tun So dann gucken wir uns mal an was hier abgeht Kann natürlich jetzt passieren Dass dieses Video sich über eine Stunde Also Wird bestimmt knapp eine Stunde werden Denk ich mal Ich wollte eigentlich nur ein kurzes machen Aber dadurch dass ich dauernd wieder rausgeschmissen wurde Wegen zur Ping Schreibt mir mal in die Kommentare Was das genau zu bedeuten hat Also Ich habe gute Kills gemacht Ihr habt es gesehen Ich habe gut verteidigt Und dann werde ich jedes Mal rausgeschmissen Kill ich da denn einfach zu viele oder was Ich verstehe es noch nicht so genau Aber ok So da drüben sind schon mal meine Leute In der Wir werden uns jetzt nicht unterhalten Weil Englisch ist Nicht so gut Und Russisch gar nicht Von daher werden wir probieren Trotz alledem in der Nähe von unseren Jungs zu bleiben Dass wir immer gucken Was die für Feldbewegungen machen Und dementsprechend werden wir uns anpassen Und da gucken wir jetzt mal Ach sieht das nicht klasse aus Alter Die Sonne Der Schnee Der Krieg Oh man Ich muss ein Panzer Ich hätte die Panzerfaust mitnehmen sollen Geht denn er eigentlich ganz alleine da hinten hin Da muss ich Das ist glaube ich einer mit der Panzerfaust Aber da braucht Da braucht er auch ein bisschen Deckung Ne Na 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 Wenn wir das hängen gebleiben Also da wird scheinbar schon ein bisschen geschossen Oder Oh Ok Das hört sich ziemlich nah an Da müssen wir natürlich jetzt mal Augen offen halten Aber die laufen alle gut Ich bin gut in der Mitte Also Ich bin jetzt nicht Er ist ein Panzer Ich bin jetzt nicht gerade Dass ich hier Er ist ein Panzer Oh oh Da unten ist der Panzer Ich gerade euch Wo ein Gegner Jetzt endlich mal den Satz beenden Ich gerade euch Wo ein Gegner In der Mitte sitzt Dürfte mich eigentlich bis jetzt noch Keiner so richtig angreifen Aber scheinbar Geht das hier schon voran Machen wir mal langsam Gucken mal Ob wir was sehen Gut der steht wieder auf Boom Wo bleibt der Knall Wo bleibt der Knall Okay Da bin ich natürlich genau richtig Gell Huh Huh Untertitelung des ZDF, 2020 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 sieht so gut aus. Ja, ohne quatschen ist halt nicht so toll, aber scheinbar quatschen hier aus meiner Kompanie irgendwie gar keiner miteinander, weil man hört nichts. Man hört gar nichts. Die reden wahrscheinlich wirklich gar nicht miteinander, die sind wahrscheinlich alle für sich. Der Panzertrucker dauert vielleicht mal rum, auch nicht schlecht. So, wir gehen mal hier schön durch das Stückchen, dass sie in Deckzinn sind. Okay. Hier müssen wir natürlich um Acht geben, wenn ich das Ding aus der Seite in die Flanke fälle. Das wäre nämlich nicht so schön. Komm ruhig nochmal vor, ich hab Zeit. Ist er nur tot oder ist er nur um die Ecke zurückgegangen? Jetzt bist er aber tot sein, oder? Alter. Wir versuchen uns natürlich mal, nur schön etwas im Hintergrund zu halten. Weil... Der müsste aber noch da sein, der stirbt eh noch. Alter. Okay. Wir könnten mal probieren. Das werden wir auch tun. Okay. 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 Das werden wir auch passen hier. Auf der rechten Seite. Wir können mal gucken. Okay. Okay. Ist da doch noch einer. Scheinbar wurde ich auf jeden Fall von rechts beschossen. Und scheinbar ist hier auch ein Spawnpunkt. Wir versuchen mal hinzubriechen. Ja. Müsst ihr mal schön auf da drüben. Hier geht's durch. Das ist sehr schön. Liegt hier irgendwo einer? Nein. Also es wird da permanent hingeschossen. Also denke ich auch mal, dass da ein Spawnpunkt ist. Hier schießt doch die ganze Zeit einer noch. Ist tot. Okay. Weißt aber nicht, die da liegen, ob sie tot sind. Oder Ob sie nicht tot sind. Ich will mir aber jetzt auch meine Position hier nicht unbedingt verraten. Ich würde schon gerne noch so unentdeckt so lange wie möglich bleiben. Komm ich hier irgendwo durch? Nein, leider nicht. Aber wir haben... Da ist ein Spawnpunkt, oder? Zumindest ist da eine Aufmunitionskiste. Wir könnten natürlich auch jetzt erstmal hier bleiben. Aber hier schießt irgendwo einer. Oh, hau ab, Alter! Oder? Können wir jetzt schon... Ja, manchmal Hubels, gell? Das ist komisch. Als wenn das Internet so ein bisschen denkt so... Aaaaaaah! Ich komme noch mal ein Stück zurück. Wir müssen auf jeden Fall hier... Oh! Da ist nun ein Spawn-Ding. Wie kann ich denn das zerstören? Oh! Also das Sturmgewehr 44 ist wirklich, ähm... ...ne richtig gute Altsmack-Waffe. Ich würde es sagen, komm. Wollen wir es wagen, oder? Der müsste aber tot sein jetzt, ernsthaft. Ich würde auch sagen, dass wir jetzt einfach mal hier so ein Stückchen vorgehen. Ja, na, da müsste er eigentlich tot sein. Und der Spawn-Punkt ist zerstört. Panzer. Ich hoffe, du siehst ihn. Von wo wurde der jetzt gekillt? Alter, der Panzer. Ach so, na gut. Na gut. Ähm, oh. Hier ist ein Feind. Ähm, können wir hier raus? Wenn nicht, laufen wir halt von da dann direkt dahin. Oh, die sind hier schon unten, Alter. Mhm. Da hätte ich auch spawnen können. Das spawnen wir hier, oder? Mal mittendrin im Creek. Mal helfen, dass sie eventuell noch mit einzeln. Aber das bringt ja gar nichts. Ich muss ja erst das hier einnehmen, bevor ich den nächsten Sektor... Aber man kann sich natürlich hier unten erstmal umgucken. Aber jetzt hat euch nicht mal was gesagt. Also hier unten ist schon Action, gut. So, welche Richtung? Ja, ich würde wirklich erstmal in die Richtung tendieren, weil... Ähm, wir brauchen das. Sonst können wir das andere nicht einnehmen. Ähm, hier ist natürlich jetzt ein bisschen... ...gefährlich. In dieser Ecke. Ähm, laufen wir mal hier so schön mittig weiter. Ja. Mhm. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Hinter mir. Äh, irgendwo hinter mir. Okay. Ich hoffe, die... ...blauen da... ...kümmern sich ein bisschen drum. Oh, da wurde er auch gekillt. Okay. Also rennt er hier noch irgendwo rum. Okay, ich vermute mal... ...stark da hinten irgendwie. Und... ...ich bleib jetzt auch einfach erstmal hier. Ähm, ich werde mal einen auf diesen machen. Und ja, die werden da drüben... ...reinweise ab... Ja, ich seh ihn. Ich seh dich, Junge. War das nun der Helm oder er? Ich hab keine Ahnung. Scheinbar war er es. Also... ...könne es sein, dass da in die Richtung ein Spawnpunkt ist. Wir sollten... ... ... Ah, Mann! Ich hab ihn nicht gesehen. Aber es war auf jeden Fall hinter mir. Und wo ich mich gedreht hab, hab ich keinen mehr gesehen. Hm. Ah, ich werd mal hier spawnen. Um zu schauen. Nee, komm, wir machen hier. Machen bei unserer Gang. Haha. Bei unserer Gang. Das sieht doch schon mal gut aus. Oh, 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 oh. Okay. Alle, die sind da ja überall. Ich gehe da hier... Ach, die haben es eingenommen. Na gut, da gehe ich hier rein. Wir müssen da Unterstützungsarbeit leisten, definitiv. Das wird sonst nichts. Ich kann hier jetzt hier nicht hängen lassen. Das geht nicht. So, wo sind wir... Also wir laufen jetzt schon mal... Oh, es wird gerade... Na, es wird gerade wieder zurück. Ein bisschen hat uns das eingenommen. Kleines Stück. Okay. Gucken wir mal. Okay. Okay. 300 Meter. 200 Meter. Also könnte es sein, dass der Rückraum, wo man versteckt ist. Okay. Gehen jetzt gleich mal... Hier sein. Jetzt weiß ich nur nicht, liegen hier deutsche Tote? Und dann... Bleiben wir noch da. Bleiben wir noch da. Bleiben wir noch da. Bleiben wir noch da... Das sind... Das sind... ... ... ... ... ... ... ... ... Als sie hier vorne sterben sollen. Okay. Ich will aber nicht so ins Offene. Mal schauen wie wir uns am besten ansehen. Scheiße, das ist der Panzer, der schießt auf mich. Ich habe den rechts einfach zu spät gesehen. Bis runter auf den Weg wollte ich jetzt nicht, weil ich wusste nicht, ob der Panzer auf mich schießt. Ja, wir gehen natürlich hier wieder raus. Da wollte ich gerade mal kurz nicht. So, dann kommen wir mit, wenn du möchtest. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Jetzt gucken. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, gucken wir in Richtung Wald? Ob wir da ein bisschen Unterstützungsarbeit leisten können? Also hier wird irgendwo geschossen und das ist auch nicht weit weg. Ich finde es auch schön, dass das hier auch ohne Faden geht. Damit, dass du wirklich immer erstmal gezwungen bist, auszurichten bzw. zu schätzen. Okay. Oh, ich gehe nicht jetzt hin. Okay, da liegt er. Ja, du bist halt auch immer gezwungen, das Gewehr erstmal auszurichten. Sprich, dein Gegner natürlich auch. Und wenn du das Glück hast und du visierst ihn sofort an. Ich weiß nicht, wohin schießt er. Da schießt er hin. Ich weiß nicht, wohin schießt er. Ich weiß nicht genau was er sieht. Aber irgendwas hat er gesehen. Ich gehe jetzt mal hier auf diese Seite. Müssen wir mal schauen. Was sieht denn der? Ist vielleicht gerade hinten am Bau oder so? Also. Haben die dahinten einen Spawnpunkt? Eventuell mal ne, ob er sollte, könnte. Da zahlen ein Code ist da, siehst du. Na, wenn der es jetzt nicht reißt. Oh, komm, wir rennen mal hin, naja. Ist ja gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Irgendwo da ist ein MG, gut. Ich werde mal ein bisschen weiter hier hinten da gehen. Okay, er schießt schon, ist okay. Entschuldigung. Soll eher ruhig sein. Ich werde mal ein bisschen verraten für das MG. Mal was dagegen. Scheint das ruhig zu sein. Oh, er hat wohl... Ne, hat er nicht. UAH! Fuck. Warum mache ich denn das jetzt an hier? Jetzt bin ich nur gestorben, weil ich Angst hatte oder was? Weil ich wurde doch gar nicht getroffen an sich. Es wurde doch nur über mich drüber hinweg geschossen. Leute, wir sollten erst mal das hier nehmen. Irgendwo da drinne hängt ein Charge-Schützer. Was, ich werde als nächstes definitiv... Schauschützen nehmen. Ich werde jetzt mal in die Menge mit reingehen, weil ich... Weiß ich nicht. Auf Entfernung bin ich jetzt nicht wirklich ausgelegt. Deswegen, also ich werde mal gucken... Was denn da hier vorne so los ist. Und dann würde ich sagen... Würde ich sagen... Machen wir vielleicht dann schon auch Schluss. Das wird doch ein sehr langes Video. So hinlegen, wo bin ich? Ähm... Wir gehen alle hier hoch. Ja gut. Ich bin gerade zurückgeauert, gell? Scheiße. Hoffentlich schaffen die das. Ja, sieht gut aus. Dann sollte ich mich jetzt wirklich irgendwo hin verstecken. Versteckeln. Und... Da ist ein Panzer an, ich glaube. Auf die Lauer legen. Bis... Der Rest wird danach rücken. Ach... Oh Scheiße, Panzer. Ich habe keine Panzerkanone. Aber... Keine Panzerabwehr. Da ist schnell in das Grünzeug. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Ist er tot, oder? Er hat wirklich zu mir geguckt, der Ponson. Ja, was sollte ich jetzt machen? Der hat mich ja eh schon gesehen gehabt. Aber ich glaube, ich habe den Kunden gekehrt. So. Was geht hier? Hm. Alles klar. Gut. Ne, dann gehen wir natürlich hier mit rein. Gucken wir mal, dass wir das auch mit... Verteidigen. Ah Leute, das wird ein ewig langes Video. Ich kann ehrlich nicht sagen, ob ich das jetzt hier ähm... Komplett aufnehme. Das wird ein ewig langes Video. Aber ich denke mal, das ist auch nicht so schlimm eigentlich. Es ist halt nur... Im Nachteil... Im Nachteil... Zwecks wegen der Hochladerei, ne? Was ist denn noch los? Gut. Hinlegen. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ne. Ähm. Wie gehen wir mit zu der Verteidigung, ne? Hallo? Ähm. Wie sieht es denn überhaupt aus? Wir haben es ja gleich wieder. So. Na, ist egal. Dann gehen wir wenigstens mit der gewandtischen Mannschaft dann. Ähm. Aber ich glaube, wir werden das gar nicht alles schaffen. Ähm. Wir werden das gar nicht alles schaffen. Weil ich muss dann nämlich nochmal los. Es dauert doch wirklich übel lang so ein... Also. Ja. Ich werde mal gucken, dass ich das ganz einfach mal... Und der Zahlencode ist jetzt beim Blauen. Naja. So gut. Ich werde jetzt gucken, dass ich das einfach mal... Ähm. Mal so ein... Alter. Mal so ein... Zwei, drei Stunden Stream machen. Weil das ist ja... So krass. Von hinter mir. Von hinter mir. Von hinter mir. Von hinter mir. Da ist ja einer gesichtet worden. Okay. Da ist schon einer tot. Zwei tot. Drei tot. Das ist natürlich eine richtig gute Position hier. Aber das kann natürlich auch sein, dass das ein scheiß verfickter Panzer ist. Entschuldigung meine Ausdrucksweise. Aber es ist so. Ähm. Okay. Es war kein Panzer. Okay. Es war kein Panzer. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, soll es was gewesen sein. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich werde schauen, dass ich das nächste Stream mache. Weil... Das ist ja... Das kann unendlich lange gehen, gell. Und das ist aber auch wieder das Schöne an der Sache, gell. Von daher. Von daher. Gut, Leute. Ich danke euch, wie gesagt, dass ihr mir zugeschaut habt. Lasst ein Like da. Abonnieren nicht vergessen. Die Glocke nicht vergessen. Und ich würde sagen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.